Wir haben die erste Einleitung der Session geklaut. Ist doch fair, wenn du dir das mal machst, oder? Ich leide die Session ein. Alter, hier ist doch Botz, das Fischladen. Alter, hier unten. Unterirdisch. Nein, das ist einfach nur Fischer geworden. Hier ist kein Laden da unten. Da kommt grünes Zeug raus. Warum geht mein Kauf nicht? Ach, wie ein Inno. Wo bin ich denn hier? Ich fahrs auch oben schon aus dem Wieser Turm hier. Ich bin voll toll. Wo kommen jetzt eigentlich diese hübschen Texturen her? Das kenn ich gar nicht. Das ist übrigens ne Fiskana Variante. In so nem guten Spiel. Wow, Fisk, 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 Fisk. Hallo, ja, ja, ja. Hi. Ist in Ordnung. Ja, ah, ah, ah. Man weiß ja nie. Der Dead Ringer im Fischladen. Wo? Der Dead Ringer. Nils ist der mit dem 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 Dead Ringer. Oh, da wurde gerade einer geneift. Was ist passiert? Was ist passiert? Hier drinnen wurde einer geneift. Wow. Wer schießt denn da? Er ist hinten raus, er ist hinten raus. Vorsichtig, er ist hinten raus. Ich hab's grad, Flock, der Schippe, wo ist das hier. Wer ist Altebs? Es war Altebs. Hä? Was, hier schießt doch gerade jemand die ganze Zeit. Ja, aber Altebs ist da rausgekommen. Wo bin ich rausgekommen? Hinten. Hä? Ja, ich bin da nach hinten gelaufen in dem Moment, wo er mich gesehen hat. Shinigami is on its way. Der Shinigami hat einen Traitor abgestochen. Das war Flocke. Okay, ja. Haha, Flocke. Er hat sie gerade an. Flocke lebt wieder. Hint mich mal. Stech sie nochmal an. Hint mich mal. Hint mich mal. Wo ist sie denn? Hint mich? Ich will die abstechen. Äh, ne. Kommt hier nicht hin. Abstecher. Wo ist sie denn? Mach mal einen Abstecher zu mir. Mach mal einen Abstecher, Flocke. Ich komm hier hin. Oh, Marco, hallo. Als du das gesagt hattest, habe ich direkt hier hochgeguckt. Warum? Wo kommt der Shinigami? Hey, Fisk hat ein Ding erschossen. Ich habe hier gar nichts erschossen. Vielleicht tauschen wir jetzt noch einen. A random person will explode. Jetzt mach dir mal in die Hosen. Ja, also, es macht ja keinen Sinn, wenn du das ins Shinigami erschießt. Fisk geht wieder. Also, der DT explodiert nicht, oder? Bei dem Random Event. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal. Ich glaube nicht. Ah, okay. Tschüss, TauTau. Entschuldigung. Was? Jawohl. Warum explodiert ich? Weil alle anderen tot waren und DT nicht explodieren kann. Deswegen habe ich den Teleport riskiert. Weil selbst wenn TauTau dadurch stirbt, würde ich gewinnen. Sorry, Alex, aber ich habe mich erschreckt, dass du hinter mir stand. Maru hat Traitor erschossen. Ich habe aber auch drei Traitor hinterhand. André hat mich erschossen und ich habe drei Traitor getötet. Deine Entschuldigung. Wieso ist Alex am Ende wieder nicht gewonnen? Das war voll die gute Taktik. Ja, genau. War auch schön, dass alle drei Traitor unten vor mir rumlaufen. Fisk, Juli. Da hat die Flocke sich zu sicher gefühlt mit hier oben. Also, hier kommst du nicht hin. Ja, ich habe ja gar nicht hier oben gedacht. Ja, nein, du hast es hier gekauft. Hast du gepiept, Alex? Aber da war ich klar. Nein. Da wollen wir ja nicht hinkommen. Wer hat denn das gemacht, dass du gepiept hast, dann? Ich habe keine Ahnung. Nils hat den Deadring angemacht. Das war's. Mikrowelle. Fuck, einer ist im Truck drin. Ach, die ist bei Jackal. Alles klar. Hast du einen Truck? Achso, das geht gerne. Der Truck. Nein, ist im Truck. Nein, ist im Truck. Kann sich, kann sich dann zweifeln. Er kann entweder am Dock rauskommen oder oben auf dem Leuchtturm. Kommen Sie raus. Ja. Ich habe den Spielething gefunden. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Kommen Sie rein. Der ist noch rein. Der ist noch rein. Der ist noch rein. Du warst halt im Wasser. Der ist teleportiert. Irgendwo hin. Keine Ahnung. Kommen Sie rein. Der kann von der Obo da gefallen sein. Was? Ne? Da ist ein Arm. Er ist immer noch drin. Da ist doch ein Arm. Er hat doch so einen Arm gerade rausgebackt. Der ist oben drauf. Der ist oben drauf. Ich bin oben drauf. Wie bist du da oben drauf gekommen, Dalu? Du kannst dich an der Leiter hochboosten mit dem CSGO-Trick. Seitlich. Ja, ja. Okay, das zeigst du doch mal. Ja, warte, ich komme wieder runter. Gehe ich wieder hoch. Warte, kannst du es gerne mitmachen. Ich guck den Egel nicht. Nee, ich kleb hier unten und guck von hier. Nein, 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 nein. Du wirst nur sehen, wie du einfach da unten in der nach oben kommst. Na gut, das hat sich gerade noch so gerettet. Hey. Ist der Traitor noch drin dann? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Dann ist er zum Sniper-Tower, äh, zum Sniper-Spot. Wo ist denn der Sniper-Tower hier? Er bringt es um. Warte mal, der müsste raus sein. Es gibt einmal den Sniper-Spot und die Docks. Genau, bei den Docks war ich gespawnt oder was. Oh Gott. Er ist gerade gestorben. Julie wurde gerade erschossen. Aber von wo? Ich weiß es nicht, die muss gesniped worden sein. Hier ist einer gestorben. Ich werde es nicht identifizieren. Ich meine, wir wissen, dass es Dete ist. Von daher. Ich war da immer so gut. Alter. Es war es gut. Achso. Warum ist Dalu? Da geht es nicht um seinen Tower wieder drauf. Der ist gefährlich. Oh, warte. Was da? Dalu besteht aber hier. Oh, scheiße. Mein Essen ist da. Mein Essen ist da. Oh, lol. Was hat Alex? Hat Flocke erschossen? Alex ist die Schwede. Leute, er knallt alle ab und Tautau ist der. Ähm, Alex ist Jakal, Tautau ist Sidekick. Safe. Weil Tautau ist Dete und schießt auf die Leute. Was? Ja, ja. ist das denn? Ja, ja, ja. Da liegt Fischgeräusch. Wer ist das denn? Martin! Tautau. Tautau. Hast du gerade Marco? Nein, Marco kamen die leider nicht hoch und sind runtergefallen. Die sind jetzt gestorben oder was? Das stimmt. Alex ist AFK los. Schnell, der muss Essen holen. Beeindruckt! Wo ist denn der, AFK? Hinterm Truck. Es sind beide. Du bist Traitor, oder? Nee, ich bin kein Schreiter Oh Was macht der da? Schuld und bei der Juhu Oh Wie hab ich das denn gehört? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, ein Tauto, hi Hey, unhöflich Schnell noch ab Okay Okay, ich treff den nicht Ach, wenn ich nur bummering, hab ich doch Hier Hey, aua Au Ich komm wieder Hier irgendwo in der Nähe des Schiffladens Ich kann auch noch an der Selbenstelle spawnen In der Zeit, oder? Ja, ich muss kurz zu filmen Er ist oben drauf Da, wo Flocker auch respawnt ist Oh, da oben drauf War er Am Sniper Spot Er klettert gerade runter Was ist das denn? War ein bisschen doof Ich dachte, das gilt nicht noch Ja, das war Hinter dem Haus Oh 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 Nein Tauto Ah Hi Oh Gott Was macht ihr da unten? Du siehst mich nicht Schön Schade 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 Doch, ich hab ne Fakeleiche in den Truck hinter die Tür gelegt, zum Traitor-Raum, hab dann die Tür aufgemacht und hab mich weggeportet. So, weil ich dachte ja, ihr guckt ja alle auf die Tür, ne, weil ja, der Traitor ist noch da drin. Aber anscheinend hat das echt niemand gesehen. Nee. Schade. Julie, was machst du denn da? Ich rauch mich ein. Raust dir ein? Alter, Julie. Oh Mann, das ist doch falsch. Oh, ich wollte dich grad reinschubsen in den Rauch. Ich war jetzt grad richtig verwirrt. Ich war noch unterwegs zum Ping von Nils. Und davon ist der Ping weg. Und dann weiter in der Ferne hab ich so das Jakar-Zeichen gesehen. Dann hab ich erst mal gerafft, dass ich Sidekick bin. Ja, ich hab dich zum Sidekick gemacht. Und dann habt ihr mich gesandwischt, das ist nicht nett. Das ist ja ein Fisch-Kammer. Ja, aber das ist, das ist ein Fisch-Laden. Das ist doch einfach ein Angler. Angler-Fisch? Mein Tode ist verstört worden und es ist im Truck gewesen. Moin. Moin. Truck? Okay. Mach du hier. Fisk. Ich halt ausschau. Bin ich am Truck gespawnt? Ja, natürlich ist da nichts, weil das Tode weg ist. Ja, kein Tode sind auch kein Typ. Jetzt wird auch nicht geschossen. Jetzt wollen sie mich ja noch... Ja, komm, Fisk. Tuli steht vor mir. Glaub ich nicht, oder? Ich hab's gemacht. Geh doch mal wieder raus mit mir. Ich bin nicht mehr bei dir. Ich bin nicht mehr bei dir. Er wurde weggeschnitiert. Keiner drin. Mit der Scout? Nein, nicht mit der Scout. Er kommt von da oben. Oh ne Banane! Ja, hier oben auf dem Leuchtturm. Oben am Leuchtturm. Banane wohl gut geschmeckt. Oben am Leuchtturm ist Alex und... Nein, ich bin hier nicht. Ja, ich. Ich bin hier doch gar nicht, du Lügenbold. Ich bin hier doch gar nicht, du Lügenbold. Alex ist auf dem Leuchtturm. Nein, ich bin hier nicht, du Lügenbold. Oh, bist du? Ich seh' ich doch! Nein, ich bin noch hier unten. Du bist im Tümpel unten. Was passiert mit dir? Ich weiß nicht, du wurd' beschossen. Ey! Hallo! Das war irgendein Sniper. Ein Schnipper. Ich weiß nicht mehr vom Kran aus. Ja, komm Fisk, ey. Du bist die ganze Zeit da oben am Snipern. Ja und? Was ist denn hier los? Irgendeiner schießt? Hä? Komm runter, ich schieße jetzt meine Scout. Ich war das nicht. Ich war das... Item ist explodiert. Ja, aber ich wurde ja nicht mit einer Scout erschossen. Leute, Item ist explodiert. Ich hab auch keine Scout. Ich hab eine Scout, aber ich hab's nicht zu. Ich bin mir leid, dass du tot bist. Kann ja jeder bauen von sich. Ja, in der Nähe vom Kran. Ja, in der Nähe vom Kran. Ja, komm. Keine Beweise. Ja, weil er was unten ist. Na, unter mir. Okay. Jetzt nicht Fisk, sondern unter mir. Gucken wir mal. Hallo Fisk. Hi. Flocke. Flocke bei mir. Flocke bei mir. Hilfe. Nils. Nils. Ja, warte. Sie trifft mich nicht. Nein. Das ist die falsche. Ein Stahlgeländer. Ich hab Worte. Danke. Danke. Ganz klar. Sehr schön. Hier. Traitor. Sie wollte mich. Das wollen sie doch alle. Warte. Bleib mal hier oben. Ich hab nur elf. Letcher Knopf. Ich seh schon, dass wir jetzt gleich sterben. Mir egal. Hier, warte mal. Es gibt ja kein Friendship-Team, weil du bringt das ja nix. Kann ich das aufheben? Was ist denn? Hab ich das aufgehoben? Ich hab das nicht. Ja, liegt hier. Doch, hier, ich hab's. Können ja nicht mehr viele sein. Warte, warte. Warte. Ach Junge. Du bist ja... Warum? Wie bist du jetzt gestorben? Okay. Du kannst nicht verantworten. Bist du runtergefallen irgendwie? Okay, warte. Ah! Hey, was hab ich gefunden? Ist alle. Ah! Gib ihm! Ich bek ihn ab, Junge! Wo ist der andere? Scheiße. Okay, er ist wieder da. Die andere Bist! Junge! Sehr gut! Geht auch sich um die... Die ist am Schaden vom Wasser. Wenn ich jetzt so rauskomme. Entschuldige. Was ist denn rum, ey? Ah, die... Die Leiter, ey. Die Leiter war aus... Du bist doch erst halt um ihn rumgelaufen, ey. Nein, Jens, was ist mit dem passiert? Du hast Juli erschossen und die hatte... Die war Jackal und hatte noch Afternate. Oh. Und ich dachte, du hättest Juli erschossen, deswegen... Das ist ne neue Schokolade oder was? Afternate? Das haben die Leute 15 Mal gesagt das Wort. Das sind die schlimmsten Granaten. Oh, Gott. Oh, die passt zu Juli. Die nicht so fein. Die passt zu Juli. Die passt zu Juli. Perception, Marco. Direkt ein Diegelschuss. Direkt den Jackalschuss gehört. Die habt ihr, ey. Okay, jetzt. Hier der Diegel kommt mir entgegen. Oh, die Patone platziert. Da liegt ein Boom Buddy bei mir. Wo liegt ein Boom Buddy? Hier oben in dem einzigen Haus, was da existiert. Ich glaub's ja... Ich glaub's ja... Ich glaub's ja... Ich glaub's ja wohl nicht, dass da jetzt schon jemand drin ist. Doch, da liegt einer. Wirklich, da liegt einer. Drück E. Ne, Marco drück mal E. Das ist der Detective Turnbull. Achso. Da war's Nils. Da war's Nils. Da war's Nils. Da war's Nils. Wieso nicht? Weil Nils haben da oben runtergekommen. Du bist von da oben runtergekommen, ist der Dill da ein. Ich bin nicht von oben gekommen. Hast du die Haben? Alter, es hat eine Brandgranate auf mich geworfen. Ich hab dich gefragt, ob du die haben willst. Also offensichtlich... Wo liegt denn seine Leiche denn? Und drunter im Keller. Der Detective Mörder. Wo liegt denn überhaupt die Leiche? Im Keller. Kann dir doch egal sein. Du bist Indo. Wo ist denn dieser Scheißkeller? Du rissen irgendein Random Dude. Ne, aber ich weiß ja nicht... Er hat immer noch drunter im Keller. Hinten beim Truck raus. Hinten beim Truck raus. Hinten beim Truck raus. Ich begrüße das weiter. Ne, geht nicht. Warte mal kurz. Ist er Braindead oder was steht da? Ist er am Truck drin oder was? Steht der Target Braindead? Da kommt Nils. Nils kommt. Nimm lieber ne Waffe. Nimm lieber ne Waffe. Leute, ich hab einen Fehler begangen. Ja, das war ich eigentlich. Ja, das war ich eigentlich. Naja, weil der gesagt hat er da hinten am Truck raus. Ich renn dann mal lieber weg, ey. Ich hab einen... Okay. Ich geh lieber zu meinen Fischis. Die sind viele Meter zu mir. Hast du mich getötet? Hat er falsch gecallt, würde ich mal sagen. Dass er da rauskommt. Hier sind... Locker, bist du das? Komm mal her. Nee. Ich trau dir nur nicht. Wieso? Tote Leute. Wieso? Das fragst du noch, ne? Ist klar. Guck mal hinter dir lieber, Alex. Oh, hat Julien grad zum Jackal gemacht? Ich denk fest. Melonen. Sag mal, wieso schießen denn? Moment mal. Da ist grad ein Tod im Haus gegangen. Ja. Das hab ich auch gehört. Im Haus? Ja. In dem... In diesem Holzhaus hier. In dem einzigen Haus, das hier steht, meinste? Richtig, ja. Ich dachte, da gibt's noch ein anderes Schiff. Piss, lebst du noch? Ah, ich hab einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Wer ist das? Juli. Juli. Bin grad reingegangen. Hey Juli. Ah! Alex! Ich glaub Juli ist das ein Flocker. Ich hab's halt. Wieso sind die beide tät? Das ist schon dauernd. Ihr seid's bestimmt alle, ihr Penner. Wir sind doch mit uns alle gegenüber. Alter! Da geht's mal ab. Leider. Nils, ist es! Nils und irgendwas anderes schießt auf mich. Ich hab auf dich geschossen. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil du Maru erschossen hast. Ich glaub, dass du's bist. Nein, 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 nein. Ich hab Nils. Spawn wahrscheinlich wieder. Hä, wie du hast Nils gekillt? Ich hab grad auf dich geschossen. Ohne Scheiß jetzt. Ja, ich hab auf Nils gekillt. Ja, warum hast du auf Maru geschossen? Weil der gerade 100 Leute gekillt hat. Nils ist Traitor gewesen. Maru hat doch nicht auf 100 Leute geschossen. Das ist doch ne Lüge. Maru hat einfach einen falschen Call gegeben. Das ist ne Lüge. So. Er ist wieder da? Hast du Gott getrunken oder er? Das war ich. Okay. Wollen wir Items? Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert, was ich mir gekauft hab. Sind wir die letzten beiden? Das kann sein. Oh. Wie geht das Ding hier eigentlich? Ja, werf doch mal. Mach doch. Was ist das? Nachladen. Ach, Entschuldigung. Lad doch mal nach. Okay. Ich komm wieder raus. Okay. Warte, ich muss meine Döner Teller weglegen. Oh, das hat aber... Das war das. Ich muss nachladen. Moment. Boah, das war knapp. Oh, ich hab gehittet. Nice. Toll. Was ist das für ein Scheiß? Weißt du was? Dann geb ich dir lieber den One-Click. Oh, das hat gut funktioniert. Oh, das hat gut funktioniert. Shotgun. Das geht doch nicht auf die Entfernung. Machst du mit der Shotgun auf die Entfernung? Ich hab noch acht Leben wegen dir. Ich mach das jetzt noch. Wo bist du denn? Hier. Hallo. Wo ist hier? Was ist denn das für eine komische Diegel? Ach da, hi. Aua. Ich häng hier in irgendwas. Irgendwas ist hier komisch. Ach so, ich pupse. Nein. Ja. Ich part-rocket. Yes. Nein. Oh Gott. Nein. Ich explodier ja. Was ist das für eine geile Situation ey. Wie viele Leichen liegen da rum. Ich hab dich nicht getötet. Nils hat dich getötet. Oh, nicht getötet. Nein. War bei euch Nils auch noch weiterhin confirmed dead? Ja, ja. Nils hat euch alle getötet da hinten. Ich war voll weit weg. Nils hat dich getötet. Nils hat dich getötet. Nils war noch am Leben. Er stand noch nicht in der Liste. Wieder offensichtlich. Fisk war doch tot. Wurde er wieder belebt. Nee, nee. Aber du warst doch bekommen vom Dead bei uns. Dann ziehe ich ausgerechnet das Beschützendste von allen. Das funktioniert nicht, weil man einfach nachgucken kann, wenn jemand wieder belebt wurde. Okay. Also wenn sie es haben. Das ist aber, das liegt auch an dem neuen Defi. Ach so. Liegt an dem neuen Defi. Okay. Das ist. Ehrlich war. Ich hab ja gesagt, er ist grad da gewesen. Dann kam von hinten. Ja, da kommt da so ein Typ rausgerannt. Der hat den Arme hinterher gelaufen. Du hast mich trotzdem getötet. Warum? Doch. Da stand, Alex hat dich getötet. Also, X-Lir. Was denn jetzt? Alex oder X-Lir? Nee, der X-Lir. Ist das falsch? Aber ich heiße Alex. Der X-Lir. X-Lora. Du bist gleich gar nichts mehr, wenn du so weitermachst hier. Alex hebt ab. Alex ist abgehoben. X-Lir. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der ist schon wieder Trader? Hey, hier ist ne Truhe. Ja klar. Der ist schon Schakal. Ich sitz jetzt in der Box. Hallo X-Lir. Der snippert da oben. Jetzt schieß ich einfach auf Alex. Jetzt schieß ich einfach auf Alex. So, jetzt ist Alex ein Schakal. Was ist denn Cola? Ich falle. Alles erschießen. Auha. 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 Das ist auch nur so beendeteste eigentlich. So. Scheiße. Entschuldigung. Stopp, stopp. Da ist ne Liane. Das wusste ich nicht. Das ist, wenn du mit Blue Bull hochgesprungen bist. Du bist super hochgesprungen. Du hast Sorg auf dir rechts. Junge, Junge. Ich wollte dich auch töten. Fast anscheinend. Aber dann hab ich mir gedacht, da ist die Liane. Dalu schon gehört. Liane? Die Enfield? Liane. Was wollt ihr eigentlich alle da oben? Kommt mal runter hier. Nix mit Highground. Hier geht die Party. Wir machen jetzt hier ein Bootcamp auf. Fisk ist am shoppen. Nein, ich will hier in die Ecke rein. Ja, Fisk labert Kage. Ja, du hast aber hinten in die stille Ecke. Oh, Dau Dau. Grüßt euch, Leute. Und Fisk auf. Was geht denn da unten? Kunrad, was ab? Ich hab die Fenster kaputt gemacht. Jule, gibst du mir weg? Nein, Dau Dau hier. Warte, warte, warte. Warte, Fisk. Auf ihn das durchgeschossen. Nein, der... Warum ist das hier? Das ist auch Töer dabei. Das ist Tauto. Das ist Tauto. Tauto, was doch? Hier. Ähm... Sind da noch viele Leichen? Flocker. Hier sind drei Leichen, ja. Ja. Ich trau hier gar keinem mehr. Du kaufst einen, dann schön. Okay, ein Tot-Amiga ist hier tot. Das ist irgendwie ziemlich auffällig. Was mach ich? Ein Nil? Kaufen! Da hinten ist jemand explodiert. Auch noch. Ich weiß nicht. Ah! Wird beschossen? Ich treff nix! Wo denn? Kunrad. Kunrad ist die... Komm mal, ist der Fiskis vielleicht? Komm mal, er. Komm. Ah! Nein! 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 Was? In Ruhe lassen! Warum nicht hier? Wenn ich das Stroh auf dem Boden, das weiß ich nicht. Ihr seid doch alle böse noch, oder? Alle? Julie? Alex? Die ist runtergerutscht. Okay, Mauro, komm mal. Achso, ich hab ja noch... Warte, Mauro, du bist doch da hinten. Warum kann man den Fernstube nicht fixen? Der ist lustiger damit, ja? Da seh ich was. Oh, hi. Ah! Nicht die Taube! Gurr, gurr! Ich seh sie noch, aber nicht die Taube. Scheiß über mir. Mann, no! Wenn euch das Ründchen auf Fiskala gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, schaut bei einem vorbei. Bis dahin, was gut schaut. Ciao! Bye, bye! Bye! Bye!